Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Call of Duty Ghosts. Wir spielen Alien-Modus. Kam schon lange nicht mehr und ich hab mal wieder Lust drauf gehabt, mal ein paar Aliens wieder zu töten. Und da ist schon einer, mein erster und ich bin schon... Ich hab so einen Zahnfall geschaltet, da kann man seine Fähigkeiten noch mehr verbessern. Ah, die folgen mir ja schon. Fängt schon mal gut an. Woher komm her? Bin gespannt, wie lange wir das überhaupt schaffen werden. Habe ich gerade so richtig gelesen, einer hat das Spiel verlassen. Ja, wir werden das auch so schaffen, auch wenn einer weniger ist. Okay, bis jetzt ist es ja noch einfach. Bleib stehen. Wie schlagen sich die anderen? Ja, bis jetzt eigentlich ist es doch ganz gut. Man, der hilft ja dauernd rum. Wie denn so ein Känguru? Ähm, boah. Ist schon okay, ist schon okay. Ich kauf die Waffe. So, jetzt hab ich die Waffe. Wo? Ist da noch einer? Man, die hüpfen wieder so rum. Ah, der will mich wohl angreifen, sowieso aussieht. Ja, da oben, da oben. Sehr gut, haben wir. Okay, ich komme mal runter. Hier ist noch einer. Boah, die sind ja überall. Ich hab hier eigentlich noch meine Granaten. Kann man auch mal wieder benutzen. Na, Granate für dich. Oh, da geht's natürlich ab, wieder. Boah, wie immer. Der ist natürlich wieder am Folgen. Manchmal habe ich das Gefühl, die aliens stalken einen. Boah. Okay, kann ich jetzt nicht benutzen. Schade auch. Schauen wir es. Ich hoffe es, ja. Dann haben wir mal eine Schrumpfende. So. Boah, weiter. Okay, der hat ihn. Jetzt noch einer. Bei der Schrumpfende können wir schnell nachladen, was mir auch gefällt. Ah, Marienkäfer. Boah. Boah, der verfolgt mich. Marienkäfer. Bleib bloß ruhig. Boah, wo jetzt schon wieder? Da gibt wohl keine Ruhe, ey. Ja, komm her. Jetzt aber. Boah, was war das jetzt gerade? Nein. Ich habe zwar doppelt der Gesundheit, aber ich bin bis jetzt noch erledigt. Bringen wir eigentlich jetzt mal einen Tag ein. Ja, das ist cool. Das ist eine fliegende Drohne, wo du schießt. Das ist eigentlich ganz cool. Helft mir einer? Hallo. Na gut. Hat mir scheinbar geholfen, so wie es aussieht. Oh, oh, oh. Ah, abhauen, abhauen. Der greift wohl an, so wie es aussieht. Da, nehme ich mal die Bison. Jetzt gehe ich mal die runter. Bleib bloß stehen. Ich komme und hole dich. Hier ist noch einer. Boah, ich bemühe mich, dass ich alle bekomme. Mit einem Marienkäfer natürlich. Aber es ist nicht leicht, gerade wenn die Größeren kommen. Das heißt, wird er da. Oh, oh. Das ist ja wie ein Büffel. Ah, bleib stehen. Mist, außer die Waffe habe ich keine mehr. Ah, nehme ich die, nehme ich die. Die habe ich am Anfang zwar benutzt, aber die ist eine der besten Waffen, wo es gibt. Finde ich zumindest mal. Ich habe noch mein Geschütz. Können wir das auch mal benutzen? Marienkäfer. Ah, Marienkäfer. Ah, der Büffel. Ah, der Büffel. Wohin? Ah, Mann. Laufen, laufen, laufen. Wenigstens hilft mein Geschütz. Das ist das Wichtigste. Ah, Mann. Oh. Der wollte mich erledigen. Das geht nicht so einfach. Oh, oh. Boah. Fahr ich zu der Leiter hoch. Ah, geh hoch, geh hoch. Geh hoch. Wo? Oh, nein. Geschütz, kannst du mir mal helfen? Kannst du mal bitte den Büffel loswerden? Der muss nur noch draufschießen. Ah, hier ist auch eine noch Waffe. Ah, die Einzelschusswaffe. Ja, das Wien ist neidbar. Nur, dass er einzeln schießt. Da gehe ich auch noch rein. Boah, es wurde mir schwierig, habe ich das Gefühl. Oder ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Die Waffe ist zwar auch gut. Mist. Oh. Was bedeutet das jetzt unten? Das hatten wir schon mal. Ah. Werde ich jetzt sterben? Ich weiß es nicht. Ah, die sind hierbei. Oh. Die wollen hierbei jetzt angreifen. Komme ich jetzt alleine durch? Ich kann bis jetzt nichts machen. Ich stecke hier fest. Aber ich versuche mal vorbeizukommen. Dass ich vielleicht irgendwie aufstehen kann. Na, hilft mir einer. Hilfst du mir? Hilfst du mir? Ich kriege ich extra für dich auf dem Boden. Sehr gut, sehr gut. Ja, sehr gut. Warum hast du mich irgendwie hingekommen? Ich helfe dir unten. Ich helfe dir. Keine Sorge. Ich werde dir helfen. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Wieder beleben. Komm. Schaffst du. Ja, jetzt habe ich dafür die blöde Waffe. Aber ich habe wenigstens ihnen geholfen. Das ist sehr wichtig. Ja, man zieht sich wieder am Boden. Ich bin wahrscheinlich viel zu schwach. Schade. Das war's. Let's play Call of Duty Ghosts. Ich send euch der Ciao.